Das Video endet, wenn Marky aufhört zu reden. 2, 3, Test, Test, Test. Jo, jo, jo. Hallo. Ich rede noch. Ja, 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 ja. Hallo. Schnauze. Ich will jetzt keine Werbung. So. Hallo. Test, Test, Test. Gut, gut. Oh, nein. Da rede ich ja gar nicht. Oh, nein. Da rede ich nicht. Ich dachte, ich kann einfach ein Video von mir abspielen. Aber ich reagiere ja auf irgendwas. Ich brauche irgendein Video, wo ich eine Story erzähle. Äh, hab ich irgendein Video, wo ich eine Story erzähle? Warte mal ganz kurz. Warte. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich habe eine... Habe ich nicht irgendein Video, wo ich eine Story erzähle? Ich habe doch irgendein Video, wo ich eine Story erzähle. Mal erzähle. Malalala, Marky Story, Marky Story. Wo höre ich nicht auf zu reden? Irgendein Video, wo ich nicht aufhör zu reden. Irgendein Video, wo ich nicht aufhör zu reden. Irgendein Video, wo ich nicht aufhör zu reden. Ich muss kurz überlegen. Ähm, Marky, Fortnite. Zack. Und jetzt nehmen wir hier irgendein Video. Da höre ich leider auch nicht auf. Ich brauche irgendein Video, wo ich nicht aufhör... Was... Was für... Ich brauche ein 2.0 Video. Marky 2.0. Irgendeine Story. 2.0 Marky 2.0. Eine Story, eine Story, eine Story, eine Story. So. Eine Story, 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 eine Story. Ich brauche eine Story, ich brauche eine Story, ich brauche eine Story. Ich brauche eine Story. Hier. Mein schlimmster Album. Da höre ich bestimmt nicht aufzureden. So. Da höre ich nicht aufzureden. Safe höre ich nicht aufzureden. So. Gut, gut, gut. Okay, also. Da rede ich jetzt die ganze Zeit. Jetzt zähle ich von meinem Album, okay? Sehr ready? Du, jetzt ist mal viel zu viel...